ich denke also bin ich verdammt jedes mal karte wie spät haben wir es denn wir haben Sonne 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 warte mal wir brauchen ja gar nicht mehr mit Mimikmatag hat sich erledigt erst mal weil das jetzige verloren gegangen ist weil es auch Thuswar Mimimimim идеherdoppelt ist und das ja das kann passieren äh was wollte ich ich wollte Hallo hallohallo ich würde vielleicht einen nomen bewerten lassen richtig und zwar würde ich gerne wissen was hältst du denn von Arktos Ja, also ich wurde darum gebeten, dass Arctos Skyrim heißen soll. Also nennen wir Arctos jetzt Skyrim. Was irgendwie viel besser passen würde, denke ich. Aber egal. Also die Kälte des harten Nordens. Wir können ihn ja auch Valhalla nennen. Wie wollen wir ihn denn Lavados nennen? Hä? Keine Ahnung. Ja, ja, fast viel besser. Bla, bla, bla. Ich hätte noch andere Namen, die ich gerne bewerten lassen wollen würde. Zum Beispiel, wen haben wir denn hier? Kosmog, genau. Sein Name lautet Kosmog. War das nicht mal anders? Egal. So, Lilly. Hat sich da geäußert. Sie sagt, sie redet nie wieder ein Wort mit mir, wenn wir das nicht so machen. Klar. Ja, und dann gibt's auch noch einen Zuschauerwunsch für Reggie Drago. Das war der da. Der da, der da. Der da. Der da. Genau, der da. Komm mal her. So, wollen wir ihm einen originelleren Namen als Reggie plus irgend so'n Blödsinn verfassen? Bestimmt. Ich hab nur vergessen, wie er heißt. Ach, du Kacke. Eine Ameise. Eine Ameise aus One Piece. Die Gurgor-Ameise. Gurgorant. Frag mich nicht, wie man's ausspricht. Vielleicht auch Gurgorant. Weiß man ja bei Amerikanern nie. Nee, nee. Das war's, glaub ich, grad mit Spitznamen, oder? Der Choco-Bo hat noch keinen Namen. Du bist sowieso überflüssig. Euch will keiner benennen und, ja, euch braucht keiner benennen. Wunderbar. Wo war ich? Pferd, ne? Richtig. Ich weiß gar nicht, wie weit ich noch komme in dem Let's Play hier. So langsam wird's, wird's ein bisschen eng. So ist besser. Ist nicht ganz mein, mein Kinn abgeschnitten. Ich geb mir extra Mühe, dass das nicht so, boah, so ein Doppelkinn wird und dann sieht man das nie. Das ist schlimm. Ja, ja, begib dich zu Koro-Dingsbums, ist klar. Ja, und diesmal den rechten Pfad. Auf dem linken hab ich genug Zeit verschwendet. So, Sui, Sui, du bist da. Wunderprächtig. Kamera raus. Ich bin immer noch sauer, dass das nicht funktioniert hat. Aber das ist eindeutig ein hellerer Klang als... Das ist... Ne. Ich weiß bis heute nicht, wie die Leute mit Fingern pfeifen können. Das ist mir viel zu kompliziert. Da benutze ich einfach lieber nur meinen Mund. Alles mit dem Mund. Es gibt so viele Prinzensongs, die mir in letzter Zeit einfallen. Das ist alles nur geklaut. Heyo, heyo. Oder... Ich wär so gerne Millionär, wenn mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär. Millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär. Knie, Tö, Knie, Tö, Knie. Lassen wir das. Wir brauchen jetzt nicht von Blättern und Blüten reden, weil sonst wird Fulipoba sauer. Ey, du bist immer noch Gewinner des Offiziellen. Wer ist mein bester Partner? Awards. Du musst irgendwann das zweite Video dazu machen. Ich hab heute einen ganz anderen Entschluss gefasst. Wir werden über die Adventszeit Unboxings haben. Ist das nicht toll? Jeden Advent ein neues Unboxing. Ich find die Idee total genial. Einfach mal vor Weihnachten Geschenke auspacken. Das Zeug liegt hier schon so lange rum, das machen wir. Das heißt nur, ich muss bis Sonntag, muss ich irgendwie mal meinen, wir müssen reden. Video, was den Kanal angeht, rausbringen. Aber dann kann ich die Unboxings drehen. Von daher, yo. Es geht. Naja. Da muss ich mal gucken, was ich demnächst so bringe an Videos. Warum dreh die Kamera grad so ab? Die Switch ist da. Ich bin hier. Jetzt leuchtet die Switch auch grün, wie sie sein soll. Ich hoffe, ich nehme genug Folgen auf. Boah, es könnte sein, dass morgen endlich meine Strangwand und so weiterkommt. Dann kann ich hier endlich den Raum einrichten, so wie er sein soll. Dann kann ich die anfangen, Videos aufzunehmen. Ist das nicht toll? Ja, die Küche ist noch nicht so ganz fertig. Da fehlen noch zwei Sachen. Einmal eine Rückwand, damit ich nicht andauernd auf Raufasertapete starte. Meine Zuschauer sind zu 99,9% nicht Bernd das Brot. Befürchte ich? Bernd das Brot wäre das hier alles viel zu hektisch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Na ja, alles außer vielleicht Pokémon. Genau. Denn Pokémon ist langsam und ruhig und überwiegend sehr, sehr langweilig. Das perfekte Spiel. Genau. Und wenn die Sehnsucht zuschlägt, gibt es hier sogar Büsche und Schafe. Aber das passiert eher seltener. Und dort ist eine gefrorene Geisha, die die Seelen von Männern frisst. Hallo. Angenehm, angenehm. Das Glück ist Lee weiblich. Willst du gerade hinterherkommen? Nein, du willst nur gucken, ne? Das ist ein tolles Suikun, ne? Willst du auch eins haben? Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat was dagegen. Hast du was gegen diesen Hagel? Eine ganze Menge. Ich sehe schon. Ja, ja. Ich kann nicht nur mit Passanten in New York flirten. Ich kann sogar mit Pokémon flirten. Das ist kein Problem. Du gehst da auf was anderes hinaus. Von Pokémon erwarte ich was anderes. Ey, was geht Schnecken? Was war das? Was ist mit dir? Du bist uns letztens schon abgehauen. Du gehst bestimmt auf Angriffsposition, oder? Nein, du weißt, was ich gehört. Braves. Metang? Du bist ein Metang, oder? Die Kleinen sind Tadel. Metang, Metang, Gross. Ich glaube, ja. Aktuell gibt's ne Sarut-Code-Verteilung bei GameStop Sing. Theoretisch, praktisch konnten die die Codes nicht ausdrucken. Das heißt, ich muss morgen nochmal hin. Wo ich am Freitag schon das Haus verlassen habe. Obwohl ich eigentlich wegen so nem Blödsinn gar nicht das Haus verlassen sollte. Wie jeder andere auch das Haus wegen so nem Blödsinn nicht verlassen sollte. Blöderweise ist die Online-Verteilung dieser Codes erst ab 1. Dezember. Also wer Bock auf so nen Sarut hat und vernünftigerweise nicht das Haus verlassen will für so nen Blödsinn, der sollte sich denn da mal auf der GameStop-Seite am 1. Dezember umsehen. Ich glaub, man muss nen Newsletter abonnieren. Es gibt ne niederländische Seite, wo man sich jetzt schon Sarut-Codes besorgen kann. Und dazu muss man nen Newsletter abonnieren. Wahrscheinlich wird's bei GameStop genauso ablaufen. Wir werden sein Root auch noch in diesem Let's Play hier sehen. Nicht auf diesem Account, weil... Nein. Aber Lugion wird sicher sich da zur Verfügung stellen. Sieht aus wie ein Voltenso, aber es ist ein Schnäppke. Weil Voltenso macht hier keinen Sinn. Er gibt hier keinen Sinn. Sinn machen kann man sowieso nicht. Ich hab noch nie gesehen, dass jemand Sinn herstellt. Ja, ja. Sprache und ihre Feinheiten. Damit kann man Leute echt auf die Palme bringen. Ja, ja, ja. Ich muss morgen vorm Tag hier das gesamte Wohnzimmer mal leerräumen. Damit ich dann ohne Probleme die Möbel hin- und herschieben kann wie in so nem Tetris-Spiel. Damit das hier alles kein Problem mehr gibt. Hilfst mit, Mimik, Mann, ne? Find ich gut. Find ich gut. So läuft die Aufnahme. Ja. 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 Gut. Wahrscheinlich kommt gleich ne Menge Cutscenes. Hey, hey. Dich hatten wir doch auch schon mal. Im Team. Haben wir dich immer noch im Team? Ich bin mir grad gar nicht mehr sicher. Äh? Was möchte gefüttert werden? Äh? Ja, aber mit was? Ja. Ja, aber mit was? Äh, ja. Es hagelt. Nein, ich will keine Luxusbälle werfen. Bist du bekloppt? Hydro-Pumpe. Erstmal kriegt's was zu trinken. Ganz ehrlich, ich würde jetzt gnädigerweise versuchen, es zu fangen, aber es hagelt. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Nein, ist es nicht. Hier. Hast'n Luxusballen. Nur für dich. Freu dich. Wir bieten Camping und gute Übernachtungsplätze. Von daher, wie du willst, nicht? Aber habe ich mir so ne Mühe gegeben mit dir? Vor allem, das bringt's so richtig, ne? Die hier hinten, die entwickelte Version, während du vorne die Vorstufe schon auf, äh, viel zu hoch fangen kannst. Hey, wackel, wackel. Und? Juhu, unsers. Oder auch nicht. Hey! Wenn's wackelt, dann muss es nur noch einmal mehr wackeln. Und dann, dann ist gut. Wieso kommst du raus? Das ist verboten. Das ist, das ist, das ist nicht so, nee, nee, nicht erlaubt. Wackelball. So, so ist das Protokoll. Oh. Oh. Wie komm ich vor den Zuwachs weg? Ist das, ist das, nee, ich dachte erst jetzt ein Artoaro, aber es ist nur so ein kleines, wie heißt du? Knachsel? Nee. Brutalander? Nee, das ist die Endentwicklung. Ich seh nicht mehr durch. Es gibt so viele Drachen-Pokémon. Keins von denen ist Milza. Geh weg, geh weg, geh weg. Drachenzahn. Okay, von da hinten sind wir reingekommen. Richtig, richtig. Leg ich jetzt mal so fest. Hi, bye. Ah, die Zuberts werden immer mehr. Was ist denn Seuche, ey? Wait, what? Okay, da kommt man also auch irgendwie rum hin. Ich muss nur hier runterspringen und dann... Das ist gerade alles irgendwie so kalt. Bei Spider-Man Schneids in der Assassin's Creed Rogue bin ich in der Arktis. Hier ist überall Schnee. Voll die Winter-Let's Plays hier gerade. Bist du die Wächterin des Ortes? Sag doch mal. Hallo? Darf ich mich den Ball nehmen? Danke. Mondstein, 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 hey, 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 Mondstein find ich voll okay, Mondstein, Mondstein, tralala, Mondstein find ich wunderbar. Es geht das very, very in here. Ich meine, ich bin relativ sehr, wenn ich da hochgehe, komme ich da raus, wo ich letztlich hin will. Aber. Ich will erst mal gucken, was hier sonst noch so ist. Ein Goal-Bart. Feuersturm. Ist wieder nur eine Platte. Eine Platte kannst du dir sonst vorhin schieben. Ich will unkaputtbare TMs. Da benutze ich die auch. TPs benutze ich nicht. Weil ich will von jeder eine haben. Ich verstehe nicht, wie man so ein Problem beseitigen kann, um es dann gleich wieder einzuführen. Das ist so dumm. Keiner hat TMs benutzt, weil man von jeder TMs eine haben wollte. Weil es ist ein Sammelspiel. Pokémon ist ein Sammelspiel. Das spielen Sammler. Die sammeln jeden Scheiß. Pokéball-Arten, TM-Arten, sogar Bären, die man niemals benutzt. Die sammeln alles. Von allem muss mindestens eins da sein. Das ist ein Sammler, der so ein Spiel spielt. Und dann gibst du eben TMs, die du benutzen kannst und dann sind sie weg. Der benutzt die nicht. Der bunkert die. Falls er sie dann irgendwann mal braucht. Oder nicht. Wenn er eine doppelt hat, die benutzt er eventuell. Und selbst die würde er nicht benutzen, weil er sich denkt, mh, gebe ich die dem Pokémon oder warte ich, bis ich noch ein besseres kriege. Das ist so eine Sache. Und dann sagst du endlich, TMs, klar, sind ewig haltbar, kann jeder immer benutzen. Und dann so, yay, ich kann endlich TMs einsetzen. Und dann sagst du im nächsten Spiel, und jetzt gibt es alle coolen Attacken in TPs, die man nur einmal benutzen kann. Bekloppt. Einfach nur bekloppt. Die Superpirate ist hier überall. Palim, palim. Ich würde gerne fliehen. Fuck. Pipi. Pipi. Weiterentwicklung von AA. Wie kann man Viecher so nennen, ey? Die solltest du aus Protest einfangen und Aha nennen. Und damit ich immer gegen diese bekloppte Werbung gehen kann, die mir so dermaßen auf den Senkel geht. Aha. 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 Ich hab schon mal gesagt, der, der ihm das eingefallen ist beim Gesundheitsamt, den sollte man mal kräftig eine feuern. Boah, als wäre diese ganze Pandemie-Kacke noch nicht nervig genug. Nein, da muss man noch scheiß Werbung bringen, die man dauernd denselben Scheiß sagt, den man sowieso schon weiß. Aha. 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 Frau, wenn du nicht mehr Interesse an unserem Zusammenleben zeigst, dann verpiss dich mit deinem Aha. Das ist so ein Dreck. Ja, ich weiß noch, wo ich langlaufe. So in etwa, circa, vielleicht. Langsam nicht mehr. Oh, hier bin ich doch reingekommen. Bin ich? Oder nicht? Nee, hier war ich noch nicht. Aber ihr wisst, was das heißt. Das ist der Ausgang, den ich eben gesucht habe. So, was gibt's denn hier auf diesem Vorsprung? Gibt's hier irgendwas Cooles? Gibt's etwas dafür, dass ich... Ja, gibt's. Ein Chrometenstück. So was da vorne? Eine weitere Höhle. Wenn ich etwas haben will, wenn ich eine Höhle entdecke, dann ist das, dass es zu einer weiteren Höhle führt, nicht einfach zu irgendeinem coolen Geheimnis oder sowas. Denn wer braucht schon coole Geheimnisse, wenn man Höhlen hat? Okay. Wo sind wir hier? Okay. Wo sind wir hier? Ich sag dir, du, wenn der Game Director der DLCs die Pokémon-Spiele macht, die nächsten Teile, dann besteht die Chance, dass die wirklich besser werden. Wunderprächtig. Ich werde in diesem Gebiet hier niemals die ganzen Diner-Dinger machen, denn wenn hier ein Diner-Strahl ist, dann laufe ich mir einen Wolf, um den zu finden. Wieder zu finden. Noch geht's. Noch habe ich ein bisschen Navigation im Kopf. Nicht viel, aber ich sollte wieder zurückfinden und die Wege finden, die wir noch nicht gegangen sind. Das ist ein Pudolander. Das da ist ein, keine Ahnung, ist viel zu neu, um diesen Namen noch zu kennen. Ein Sonderböhnböhn. Ja, wir könnten uns mit dem Fahrrad deutlich schneller fortbewegen, aber dann würden wir in alle Flattermänner reinrasen und jeder Flattermann heißt, ich muss eine neue Zahl im Bildschirm einblenden. Darauf habe ich gerade keine Lust. Also lassen wir es. Pokémon, Schwert und Schild. Das Spiel mit den wenigsten Zubat-Begegnungen. Drei aktuell, wenn ich mich nicht verzählt habe. Es ist so viel angenehmer, wenn man ihn einfach ausweichen kann, nicht alle fünf Meter an so ein Viech reinrennt, wo dann erstmal so ein ewig anstrengender Kampfbildschirm geladen wird, der dann ewig anstrengend einen volllabert mit irgendwelchen Texten, die einen gar nicht interessieren. Es ist... Ja. Nicht gut. Wenn dein Spiel dadurch besser wird, dass man das Spielen vermeiden kann. Schnee-Gipfel-Fahrt. Nein, Treppen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wollte ich in Skyrim auch schon immer zählen. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn. Wenn ich mich aufzählt, hätte ich schwören können, dass das die gleiche Anzahl an Stufen ist, weil Game Freak würde keine Zwei-Stufen-Modelle entwerfen. Neun, 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 nudu. Ah, die Weitere, das ist ein sehr interessanter Wald. Wo kommt Kylo Ren? Aus welcher Richtung? Das erinnert einen so an 2015 zurück, oder sagen wir 14? 14. Kam doch der erste Star Wars-Teaser raus. Also für Force Awakens. Es ist viel passiert seitdem. Die hätte man nicht hochklettern können, wäre einfacher gewesen. Hast du was gefunden, Sui? Oh, die Kathedrale. Ich wünschte, man könnte sie besuchen. Das befürchte ich aber nur eine Kulisse. Wenn man reingehen kann, ist es so ein kleiner, eckiger Raum. Also so ein kleiner, quadratischer Raum. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bestimmt habe ich mich irgendwo bei den Stufen verzählt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe mich bestimmt bei den 17 Stufen verzählt. Jetzt war bestimmt auch 16. Wow. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, also dieses Pokémon-Spiel versucht wirklich krass hart Zelda zu sein. Es gibt schlimmere Bestreben. Ich wünsche nur, es wäre dabei etwas erfolgreicher. Oh, 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 oh. Okay. War da eigentlich noch was im Schnee, Sui? Irgendwas hat ja hier gerade geglitzert, oder war es das Schnee an sich? Silberkronkrocken. Ich habe bis heute schon wieder vergessen, was diese Dinger eigentlich bewirken. Irgendwas mit EP trainieren. VP? Keine Ahnung. Bären-Trainings- Wow. Egal. Ich kann anfangen aufzunehmen, wann ich will. Ich penne bei Pokémon immer ein. Geil. Ich fange immer an zu gehen. Ich verstehe es nicht. Es ist noch nicht mal spät. Ich meine... Es ist noch nicht mal 10. Ist jetzt nicht so, als würde ich mitten in der Nacht aufnehmen. So wie sonst immer. Ich habe diese Silberkronkrocken bestimmt übersehen. Ist jetzt auch egal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.